Noch näher kann ich dich nicht anbringen. Viel Glück dort draußen. Letzte Chance deine Ausrüstung zu checken. Es ist Zeit für Ärsche getrete. Schnapp dir das Paket, dann hol ich dich ab. Wir sehen uns später. Für Licht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die Aue-Menn werden ihm überwählen folgen. Bonne Chance. Schnapp dir das Paket. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich krieg wahrscheinlich nur, weil ich hier bin. Ich krieg wahrscheinlich nur, weil ich hier bin. Ich krieg wahrscheinlich nur, weil ich hier bin. Ich schicke dir die Koordinaten des Abholpunkts. Da ist eine alte Trafo-Station. Dort kann ich dich abholen. Jemand will uns ausnehmen. Folgt dem Signal. Wenn du das Paket hast, müssen wir schnell verschwinden. Die Highwaymen werden dich weiter angreifen. Koste, was es wolle. Ich sehe wen! Schieß! Schieß! Niemand bestiehlt uns und überlebt! Schieß! 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 Oh, oh! Den Hubschrauber! Das ist der einzige Ausweg für die Ratte! Ich setze jetzt zur Landung an! Verschwinden wir von hier! Wir müssen hier weg! Der Griffe ist der Kohlreis! Ich bin getroffen! Hier ist der große Patate! Was schier, Tabarla! Wir müssen hier weg! Und jetzt nicht sie weg! Fuck! Ja, Tabarla! Du hast das Paket und die Iron Man haben nichts mehr! Ich würde dich küssen, aber ich muss fliegen, weißt du? Ach was! Ich will das später nach! Pass auf!